Wenn ich ihm so gegenüber bin, sei es jetzt im Bettchen oder auf der Wickelkommode, dann komme ich mit meiner linken Hand zu seinem linken Oberarm und drehe es zu mir und komme dann mit meiner Hand unter sein Köpfchen, sodass das von vornherein gleich unterstützt ist. Und dann kann ich ihn so drehen und mir ihn hier in die Ellenbeuge legen und dann den Arm noch heraufholen und von außen eben kommen, sodass er wirklich da gut unterstützt ist. Denn das hat ja alles noch keinen Halt, das braucht ja Unterstützung. Das heißt, andere Positionen, das Kind dann irgendwie, ich weiß nicht, so zu drehen, dass es nach außen schaut? Du meinst so? Ja, zum Beispiel, oder auch mit dem Bauch, auf dem Arm? So? Da kannst du mich ja gar nicht sehen. Und das Getragenwerden auf dem Arm ist doch ein sehr intimer und naher Moment. Und es wird so viel über Blickkontakt gesprochen. Und da wäre es doch wirklich möglich. Und das ist doch schade, wenn man diesen Moment dann versäumt. Später kann es mich ja auch berühren. Es ist einfach diese Nähe gegeben. Und die Wirbelsäule braucht in diesem Alter, bevor das Kind selbstständig zum Sitzen gekommen ist und sich zum Sitzen aufgerichtet hat, braucht es diese Unterstützung. Was ich sehe, dass du sehr, sehr langsam in deinen Bewegungen bist. Und jetzt auch, als du die Puppe am Arm hattest, sahst du aus, dass du das Kind auf dem ganzen Arm hältst. Weil in der Regel achtet man ja besonders darauf, dass das Köpfchen gestützt wird. Aber bei dir war das ganze Kind wirklich im Arm gehalten. Ja, es möchte doch wirklich unterstützt sich fühlen. Und das vermittelt das Gefühl von Geborgenheit. Ge rotzell kaputtodte. Mhm.